Hallo, was machst du so? Ich mache gar nichts. Ich bin extra zu dir gekommen, weil du immer weißt, was man machen kann. So, was machen wir heute? Hm, komm doch mit mir in 80 Tagen um die Welt. Oh ja, das machen wir. Los geht's. In 80 Tagen um die Welt. Unsere Reise beginnt in Halle-Saale im Jugendclub Wajud. Jeder einzelne von uns sammelt täglich Schritte, die wir dann digital auf einer Weltkarte zusammenlegen. Unser erster Wegabschnitt führt uns in die griechische Hauptstadt Athen. Unser nächster Wegabschnitt führt uns in die türkische Metropole Istanbul, eine Brücke zwischen Europa und Asien mit vielen leckeren Gewürzen. Unsere Reise führt weiter in die irakische Hauptstadt Bagdad. Dort werden wir zu einem leckeren Essen eingeladen. Unser weiterer Reiseweg führt über die indische Hauptstadt Delhi und weiter hinauf in das Himalaya-Hochgebirge nach Tibet und Lhasa. Nun stehe ich hier oben im Himalaya und komme nicht weiter ohne euch. Für die Weltumrundung fehlen uns noch viele Kilometer. Hierfür brauchen wir unbedingt eure Mithilfe. Also ladet eine Schrittzähler-App runter und her mit euren Schritten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017